Hallo und willkommen bei Likra. Heute mache ich ein Trampolin Video, also da zeige ich euch, was ich im Trampolin so mache, normalerweise. Opa! Opa! Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Zahlt schon, hast du gesagt? Okay. Cool. Jetzt funktioniert es, dass ich auf dem Bein lande. Super. Rückwärts zahlt doch eh nicht, oder? Nein. Sehr gut. Wie brauchst du das Video dann? Keine Ahnung. Und wie oft machst du das? Tust du gerne am Trampolin springen? Ja. Ja, das sieht man. Du tust gerne am Trampolin springen, weil du eine Cousine hast, die auch recht toll am Trampolin springen kann. Von der lernst du recht viel, gell? Ich springe noch gerne. Auseinander springen? Echt? Wow, ist das nicht zu gefährlich zu zweit? Nö? Okay, naja, bei mir geht immer gleich das Herz in die Hose, wenn du so irgendwie Stanz machst. Aber ich bin auch ganz stolz, wenn du das so super hinbringst. Nee, das nützt nicht. Okay, tschüss. Tschüss. Tschüss.